Heute hatten wir ein intensives Training, wir spüren schon die Anspannung, wir steigen die Freude gegen einen sehr speziellen Gegner, wir Argentinien, ein Favorit von diesem Turnier. Und ich denke, die Mannschaft freut sich riesig drauf. Ich denke, das ist normal, auch die Argentinier werden alles daran setzen und auch üben. Aber wie gesagt, das Spiel ist einmalig und da muss man alles geben für ein sehr gutes Spiel. Für mich persönlich ist es ein Top-Spiel und ich freue mich auf die gute Stimmung, volle Stadion. Und ich denke, wir werden auch die ein oder andere brasilianische Fans für uns haben. Aber wie gesagt, das alles zählt nicht, wichtig ist, dass die Mannschaft, wir als Schweiz, eine Top-Leistung abliefern am Dienstag. Und am Schluss dann sehen wir, wer die bessere Mannschaft ist. Allgemein, ich freue mich auf Argentinien und ich freue mich speziell sicherlich auf Messi, auch auf meine Mitspieler, Ex-Mitspieler, wie zum Beispiel Higuain, Fernandes, Lavezzi.